Hallo. Hallo. Hier ist die Polizei. Hallo. Ich kann gar nichts verstehen. Nicht? Müssen Sie mal richtig zuhören. Guten Abend. Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht das Gewitter war. Das war über Bochum. Was? Über Bochum. Saarbrücken? Auch. Wo denn? Wo soll es denn hin? Was? Wo das Gewitter denn hin soll. Wo das Gewitter ist. In Deutschland. Ich hab sie jetzt aber nicht verstanden. In Deutschland. Ich hab das nicht verstanden, wirklich nicht. Sind Sie mir nicht böse? Nein, bin ich nicht. Wo war das denn? Überall. Überall. Überall? Ja. Und das war nass. Bitte? Das Gewitter war nass. Nass? Nass. Ist denn viel passiert? Nein. Viel passiert? Nein. Nein? Nein. Nein. Ja, entschuldigen Sie. Ich bin 99 Jahre. Ja. Und ich hab meine Tochter in Düsseldorf. Ja. In Neuss wohnen. Und ich hab noch nix gehört. Da war nix. Was? In Neuss war nix. Da war es? Nein. Nein? Nein. In Neuss? Kein Gewitter. 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 Nein. War da das Gewitter? Nein. Nein? Nein. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab mir extra an die Polizei gewandt, damit ich Antwort krieg. Ja. Da war kein Gewitter. Was bitte? Da war kein Gewitter. Gewitter. Wo? Hier? Nein.